Der Hook, Cole JJ wirft sich allerdings dazwischen. Jensen ist unterwegs von der Flanke, möchte da gerne mit rein. Jetzt geht's da weiter, wieder getroffen, aber da die Stopwatched, haben die Pikeultimate gedodged. Jetzt geht's rein mit Olaf Jensen, ebenfalls mit dazu, wir in die Backrein. Run an Perks, aber Impact ist down, Warner mit dem Kill ganz, ganz wichtig. Miki abgeholt. Oh, ist das bitter hier, die Trains nicht so optimal, wie man sich das vorgestellt hat. Spotlane verloren, Caps hier. Und Jensen holt ihn euch. Reicht das, die Frank? Der Caps hat noch mal drin mit der Ultimate. Und der kriegt den! Jawoll! Und das ist ganz wichtig, damit fehlt der wichtigste Damage-Dealer gerade. Jensen hat noch Ultimate, Double Kill! Und der nächste jetzt holt euch auch noch Doublelift, Kekos! Und das ist Triple Kill für Caps und das Ace für G2.